Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Homeshopping mit mir Gernot Baradeiser und meinem Kollegen... Mein Name ist Kratz. Heute haben wir ein wunderbares Produkt für Sie. Ich glaube alle Fahrradfahrer kennen das Gefühl, sie fahren in der Früh in die Arbeit und es friert sie am... Am Sack? Genau. Und genau hierfür haben wir ein tolles Produkt. Einen beheizbaren Fahrradsattel, meine Damen und Herren. Was, der Sattel ist beheizbar? Beheizbar. Ein beheizbarer Sattel? Toll! Beheizbar. Ja, sag ich doch, beheizbar. Nein, beheizbar. Egal, auf jeden Fall, dieser Sattel erzeugt eine Kerntemperatur von circa 50 Grad, verfügt über sechs Heizzyklingen und so dürfte ihnen nie zwischen den Beinen kalt werden. Magst du das mal ausprobieren? Ich probiere es gern, denn ich kann es nicht glauben. Warte, ich schieb dir den einfach mal von hinten durch und du lass dich einfach mal fallen, als würdest du jetzt da auf dem Fahrrad sitzen. Sitzt du gut? Ich sitze sehr gut. Jetzt schalte ich von hinten mal ein und jetzt müssen die Eierchen langsam warm werden. Es ist jetzt noch keine 50 Grad. Du kannst jetzt entscheiden, ob du weiche, mittlere oder harte Eier willst. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt muss ich kurz Rücksprache mit der Regie halten. Jetzt, ach, jetzt höre ich gerade von der Regie. Wir haben einen kleinen Kurzschluss. Das Ding hat auf 150 Grad erwärmt. Mein lieber Krötz, er ist sowieso in einem Alter, wo ich glaube, der Kinderwunsch eher vernachlässigt werden kann. Meine Damen und Herren, kaufen Sie dieses wunderbare Produkt jetzt, wenn sie sich auch immer über kalte, also über kalte Ärgern auf dem Weg in die Arbeit. Mein lieber Krötz, auf Wiederschauen! Weißt du auch immer so einen Scheißdreck aus dem Internet irgendwo bestellst. Da kannst du ja kein drauf sitzen. Bitte. Das Ding jetzt schmortet, der riecht dich. 1 2 4 compartil